Also Sie leiten eine Schauspielertruppe? Die Baracke, so heißt unser Theater. Millionen werden für die Subventionierung des Theaters verpulvert. Verpulvert, ja, weil eben alles nur halbgetan wird. Oh, und Sie, aber wo sind die Beweise, die Belege? Na, dann will ich doch sehen, ob Theater in diesem Land noch zu irgendetwas nützlich! Du und deine sauberen Kollegen, ihr macht uns was vor, aber Mörder seid ihr! Der, der eben weggegangen ist, der war kein Arzt. Ich werde alles tun, um das Stimmte zu verhüten. Kann man in so kurzer Zeit eine solche Forst vorbereiten? Diese Komödianten sind das doch gewöhnt. Denn im Theater ist die vollkommene Wirklichkeit die vollkommene Erfindung. Versteller! Ja! 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 Ge books aus Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020